Okay, bevor ich jetzt hier weitergehe, hole ich erstmal mein Messerchen zurück. Falls der hier noch irgendwo rumliegt. Hallo? Hatte der nicht mein Messer? Haha! Okay. Okay. Nicht okay. Ja, genau, da haben wir gleich. Auch nicht so gut, ne? Gibt's hier einen Lichtschalter? Natürlich nicht. Alles zurück. Oh, andersrum. Diesmal hoch und runter geht mir nicht. Was ist das? Schießpulver. Ja, kann ich das nicht da drauflegen? Dazulegen? Kombinieren. Haha! Warte mal kurz. Nun kann ich das mit dem kombinieren. Das kombinieren mit dem. Haha! Okay, das war nicht so kompliziert. Das haben wir auch gelernt. Hier ist noch irgendwas, aber ich weiß... Ah, jetzt. Schießpulver nutzung. Zwei Schießpulver. Säugegranaten und Schießpulver. Hochwertiges Schießpulver ist gelb, der Sonne ist weiß. Okay. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, dass Sie wirklich auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munitionen. Passen Sie beim Kombinieren auf, dass Sie auch benötigte Munitionen erhalten. Oh je. Okay. Kein schlechter Tipp. Wie tot ist der denn? Nicht tot genug vermutlich. Oh shit! Schieß, Schieß! Kills, schieß! Messer, 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 Schuh! Krass! So ein Messer ist voll gut. Okay, ich bin nicht so gut. Oh, come on. Oh. Nicht gut mit dem Messer. Oh, verdammt. Ich nehme hier mein Messer zurück. Arschloch. Okay, das war doch easy. Was ist das denn? Fenster zum Haus gucken? Wir sind im Büro, okay. Irgendwie habe ich noch nicht geschnallt, was ich hier mache. Außer jemanden zu erschießen. Da geht's hoch. Brauche ich nicht noch irgendwas? Was? Okay. Erster Einsatz des Anfängers. Was? Leon Kennedy. Das ist der Typ vom Auto. Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag ist es. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. What the heck? Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtisch. Seite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe steht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen zu merken, aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt. Hahaha. Viel Erfolg. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, auf Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Ja, vor allem, weil er jetzt wahrscheinlich tot ist. In eine Ecke zwischen Blutflecken gekasselt. Höhö. Witzig. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Hm. Okay. Oh, verdammt. Jetzt muss ich den Brief doch mal lesen, wie es aussieht. Ähm. Die Initialen unserer Vornamen. Der heißt Pranak. Auch ein dober Name und der andere heißt Scott. Okay. Aha. Yes, then it's Scott. Es gibt kein S. Are you kidding me? Okay. B. 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 Ich heiße Leon. Also der Typ heißt... WAH! Sekund einmal. Marion. Scott. B. 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 Hier gibt es auch kein B. Jetzt ein L. Nein. Und doch kein B und ein K. Verdammte Scheiße. S. Leon S. Kennedy. Richtig. Leon S. Kennedy. Ok. Versuchen wir das. Danke. Ok. Und jetzt? Besteht ihn? Nein. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Nochmal. Wahrscheinlich erwirkt mich gleich einer, bevor ich das alles eingegeben habe. Puh. Leutnant Brünner. Nicht so viel an Informationen, wie ich vielleicht trafen könnte. Und hier waren auch keine Namen dabei. Heilwirkung. Ereignisberichte waren auch keine Namen dabei. Hier auch nicht. Fantastisch. Oh, verdammt. Was dann? Das sind aber... Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Okay. Ich brauche erst irgendwas anderes, bevor ich das kann. Einsatzbericht. Außer mir sind nur noch drei übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaufen. Wir werden es nicht schaffen. Na, der ist ja optimistisch. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliegen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber... Ihren? So sind sie. Aber jetzt klingt das ganz gut. Es gibt zwar keine Hinweise für den Tunnel, aber... Dafür, dass die Kanalisation nicht auch Zombie verseucht ist. Aber ich will hier nicht umsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. So, das ist aber jemand anderes. Elliot Edward. Sind auch noch zwei. Sind nicht drei Initialen. Habe ich das jetzt eingesammelt oder nicht? Scheinbar schon. Jojo. Hier steht was dran. Was steht denn hier dran? Mach mal die Tür wieder zu. Jojo. Okay. Jojo Bernard vielleicht. Dann heißt ja Skull. Was ist das? Ah, das war das. Okay. Come on. Nö, das wird so ein bisschen J geben würde. Ja. J, J, J. Okay. Nein. Habe ich nicht... Irgendwas fehlt noch, was ich nicht weiß, wo ich aufgepasst habe. Okay. Geht's mir nicht gut oder was? Aha, mir geht's nicht gut. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich immer warte, bis es mir gar nicht mehr gut geht oder ob ich das lieber nehme. Was? Oh man. War schluch. Da ist noch einer hier drin wahrscheinlich. Auch verschlossen. Okay. Da kommt der wenigstens nicht raus. Wo kommt denn dieses hässliche Geräusch? Und warum komme ich da nicht weiter? Oh, mein Gott. Oh, ich kann nicht mehr... Oh, Gott. Oh, mein Gott. Was ist denn da? Oh, verdammt, nur eins. Hab ja gar kein Messer mehr. Können wir jetzt mal schießen, dann reicht nach unten. Oh Gott. In den Po. Oh, der Kopf. Ach gut. Zu. Zocken. Okay. Ich brauche mein Messer. Ich weiß zwar nicht, wie ich das benutze, scheiße, aber... Okay. Safety Deposit Room. Bin ich dahergekommen? Nein, da war ich auch noch nicht, oder? Oh, das war das. Habe ich immer noch nicht. Verdammt. Okay, ich war so ziemlich überall, glaube ich zumindest. Und mir fehlen irgendwelche blöden Tasten. Und Buchstaben für Initialien. Hast du vielleicht ein Namensschuld an, Kollege, hier? Hm? Heißt du irgendwie? Scotty? Hi, Scott. Wie geht's? Shit. Oh, der zockelt immer noch. Okay. Den krieg ich irgendwie nicht so für aus. Verdammt. Okay. Ähm. Das mit den Hohren runter ist echt nervig. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ach. Wieso ist hier zu mir? Du? Okay. Da ist keine Tür. Ich war doch gerade irgendwo. Ich war in irgendeinem Raum. War ich doch, oder nicht? Hier. Okay. Hier schon? Aha. Hier war ich noch nicht. Ugh. Weil ich so viele Zahlen weiß und Initialien und alles. Okay. Ich meine... Uff. Jo. Keine Ahnung, was ich hier eintippen soll. Völlig sinnlos. Das brauche ich gar nicht. Ich versuche nicht bald. Ich gehe in den Zahlen weiß. Warum kann ich hier nichts machen? Wozu ist der Raum, wenn ich hier nichts machen kann? Neal what? Neal... Charles. Und... Ja, aber... Woher weiß ich denn die Last Names? Nachnamen? Und ich hab's schon wieder vergessen. Ähm... David Ford. Oh Mann. Alle? Oh. 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 So D... N... N... E... D... Thank you. Oh, verdammt. Oh, verdammt. I guess... MRS, maybe? Nope TNS? Nein MRS Von wem war das? Well, no B, B, W, W Kein B Wait, it's auch kein S It's an M Kein M Verdammt Okay, fine G Oh Lucky shot Und jetzt? Ein Schnelllader Wie schön Okay Brauchen wir noch Die passende Waffe dafür Rotes Kraut kann ich nicht nehmen, weil Kann ich Verwendet werden, weil ich es erst mit blauem Kraut müxen muss Okay Okay Jetzt habe ich das Zeug aber keine Kanone, oder? War ich hier schon? Hier war ich schon Hier gab es so gar nichts Was soll ich denn hier mitmachen? Hm Pfff Hm Irgendjemand eine Idee? Hm 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 Hier ist auch so gar nichts irgendwie Okay I guess Schade eigentlich Ein Satzbücher Notizen Ja, sagt auch keiner was von dem Safe Initialen Inizialen War für den Schreibtisch Ich meine, da fehlen die Zahlen 2 und 3, aber Ich meine, keine Ahnung, aber Versuch, was es wert ist Wahrscheinlich mehr als 2 und 3, aber Ach Okay, man braucht noch eine Zahl Ach Okay Dann Brauch ich ja nur 15 Versuche Nein Hm So wird es nicht Ach 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 Könnte man Kraut gebrauchen Immer noch zu Wow Schade Ich habe aber auch keine Schlüssel gesehen Was mache ich denn hier? Geht es nicht so gut und ich laufe hier rum Weiß nicht, was ich soll Weiß nicht, wo ich bin Da bin ich Da hinten ist noch irgendwas Vielleicht Das ist der Safe Den kriege ich aber nicht auf Und die Tür ist auch zu Drücken bei den Schließfächern Fehlen mir noch die Zahlen In der Dunkelkammer war dieses Schild mit dem Film Film, 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 Film Jetzt habe ich einen Film Ich habe einen Film Ich habe einen Film Wie komme ich hier wieder raus? Da ist, nein, da bin ich What? Da ist das mit der Tür Diese Tür, oder? Können wir nochmal kurz gucken, wo ich lang gehen muss Rüber Oh, den ganzen Gang lang Okay Dann mal los Ich habe einen Film Eine Waffe Eine Teil mit meiner Waffe verwenden Welches Teil? Dieses? Schnell Für die verringerte Nachladezeiten noch Untersuchen Kombinieren Zu kombinierende Objekte ausfüllen Okay Wie geht es? Okay, danke So Was heißt jetzt kommen neue Fischer? Okay Wunsch mal klappt es manchmal nicht Außer dem ist er nicht Oh fuck Warum bin ich überhaupt hier? Was mache ich hier? Können wir uns mal kurz umdrehen? Oh Gott Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, girl Oh, das stört ihn so gar nicht Okay Ich hab dir gerne mein Messer wieder Ist immer noch nicht tot, ist immer noch nicht tot, ist immer noch nicht tot, ist immer noch nicht tot Oh Gott, ich zieh mir das Schießchen doch einfach Messer, ich hätte gern mein Messer, her damit Wo ist mein Messer? Krieg mein Messer nicht mehr Toll Oh, er hat den Fuß verloren Aber mir geht es nicht so gut Okay Können wir hier irgendwo ins Locker Room Komm mal bitte, bitte, bitte Irgendwas sammeln What the heck? Ist das Geräusch? Geh weg! Okay Okay, okay, okay Brandgranaten Ach du Scheiße Okay Rechts Ähm Anleitung für den tragbaren Tresor Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechenden Lampe anzuhalten Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen Wie viele Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und sie müssen wieder von vorne anfangen Äh, okay Tragbarer Tresor Okay Inventar öffnen Bin nicht ganz sicher, was ich damit mache Aber, Alter Darum kann ich das nicht aufmachen Wie ist das denn hier? David David irgendwas Keine Ahnung wie Mhhh Ah Gott! Ähm Was ist das? Okay Da geh ich wohl, wen ich bin Was ist das? Weiß ich auch nicht Was ist das? Okay Dann lass ich es benutzen Oooooohh Will hier raus, will hier raus, will hier raus, will hier raus Ich bräuchte mal ein kleines Blümchen oder sowas Ach Ich hab nicht hergekommen, da war aber nichts anderes, oder? Ich bin da hingelaufen, weil da eine Ecke war Ich bin da hingelaufen, weil da eine Ecke war Da gab es nichts zu holen Nein Ich Okay, das war öfter, dass ich auf deinen Fuß getreten bin Oh mein Gott Fuck Oh, ich bin so schlecht am Laufen Jesus Was ist das? Oh Hab ich nicht ein Messer? Hatte ich mal ein Messer? Ich hatte mal Oh mein Gott Ich kann nicht schieße Ich kann nicht schieße Ah, der hat aber hübsche Zehen Okay, gut Spuck's wieder aus! Okay, das reicht für heute, glaube ich Einmal tot sein reicht